Was geht ab leute Zane ist wieder da und zwar heute mit meinem Review zu Avengers Endgame. Und ja es kommt ein bisschen spät aber ich wollte ihn mir in Ruhe anschauen in einem Kino wo nicht so voll ist. Ob sich die Mühe gelernt hat oder nicht erfahrt ihr wie immer nach einem kurzen Intro. Endgame begann dort wo Infinity War aufhörte. Thanos hatte gesiegt, mit dem Infinity Stein und einem Schnipsen erledigte er 50% des Universums. Nun setzte er sich in seinem Garten zur Ruhe. Doch auf der Erde wollen die übrig gebliebenen Avengers nicht aufgeben, sie suchen verzweifelt nach einem Weg alle wieder zurück zu bringen, Thanos zu vernichten und Frieden für alle zu schaffen. Doch dies erweist sich schwerer als gedacht. Tony Stark und Nebula sind noch im Weltall. Die restlichen verbliebenen Avengers lecken sich auf der Erde die Wunden. Immerhin schafft die neue Captain Marvel es Tony Stark wieder zur Erde zu bringen. Doch die Avengers bleiben ratlos. Bis Ant-Man wieder auftaucht. Denn endlich hat er es geschafft aus dem Quantenriss zu entkommen und möchte diesen nun nutzen um zurück in die Vergangenheit zu reisen und alles zu verändern was war. Doch dies stellt sich als schwieriger dar als erwartet. Denn niemand weiß wirklich wie Zeitreisen funktionieren. Jedoch gibt es da ja noch Tony Stark, der es schafft einen Weg in die Vergangenheit zu finden. Nun möchten sich die Avengers aufmachen in die Vergangenheit zu reisen, die Infinity Steine zu sammeln und diese dazu zu nutzen alles rückgängig zu machen. Natürlich läuft diese Reise nicht so wie geplant und in Avengers stellen sich einige Probleme in den Weg. Doch am Ende schaffen sie es die Steine zu sammeln und es kommt zum erbitterten Fight gegen Thanos. Den nicht alle überleben. Mehr werde ich euch zu Story nun nicht erzählen. Die Regisseure haben es geschafft das MCU fast zu Ende zu bringen. Immerhin steht ja noch Spider- Far From Home demnächst an. Jedoch musste ich am Ende des Filmes feststellen, ja war ein netter Film, aber super zufrieden bin ich nun nicht. Leider ist mein Fazit klar, ich fand Infinity War besser als Endgame. Klar kann man hier nun sagen, es lag möglicherweise an der höheren Erwartungshaltung, aber ich denke das ist nicht der einzige Grund, versteht mich nicht falsch, der Film war schon spannend und lustig und hatte durchaus seine Momente, aber irgendwie fehlte mir am Ende doch diese gewisse Epicness. Selbst der Endkampf war nicht so grandios wie erhofft. Visuell war der Film wie immer top notch, da kann man nichts mäkeln. Die Special Effects und die CGI Elemente in dem Film waren allererste Güte. Aber das Storytelling war mir ein wenig zu fad um ehrlich zu sein. Auch der Endkampf hatte mich nicht so beeindruckt. Ich hatte gehofft deutlich mehr Interaktion in diesem Kampf der vorher im gesamten Film nicht beteiligten Helden zu sehen wie Starlord und Co. Ich möchte den Film hier nicht in die Tonne werfen, wie gesagt, es war ein guter Film und einen fetten Tor zu sehen ist immer geil. Und das Meckern ist wirklich auf einem hohen Niveau. Aber etwas hat mir einfach gefehlt. Auch die Tode am Ende von Endgame haben es für mich nicht mehr rausgerissen, da zumindest einer der Tode relativ vorausehend war. Aber sagt mir doch mal was ist Eure Meinung zu Endgame? Schreibt mir in die Kommentare und wenn Dir diese kleine Review gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann haut auf den Abo Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich Euch wie immer viel Spass und haut rein, ciao.